Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 11.11.2021. Heute mit der Geek Talk Daily 1118 und ja, zum zweiten Mal heute, nämlich mit einer kleinen Sonderfolge. Ich habe euch gestern in der 117, also 1117, kurz angeteasert, dass ich heute an ein Huawei-Event gehe und da wahrscheinlich ein neues Smartphone sehen werde. Bei dem ist es nicht geblieben und deshalb dachte ich, weil ich gerade Lust habe, dass ich euch kurz ein bisschen was darüber erzählen werde. Huawei hat nämlich neue Geräte vorgestellt, mehrere an der Zahl. Zum einen eben ein neues Smartphone. Neben der Mate-Reihe und der P-Reihe, Mate ist so das Premium-Modell, die P-Reihe ist das Flaggschiff-Modell und das Massen-Modell, hat Huawei ja schon seit einigen Jahren die Nova-Linie. Und diese hat sie mit dem Huawei 9 Noma wiederbelebt. Was ist das? Das ist ein Smartphone mit viel Kamera. Das ist ein Smartphone, das dünn ist, ein Smartphone, das leicht ist, ein Smartphone, das einen schnellen Chip hat, einen guten Speicher hat, ein grosses Display hat, viel Auflösung und eine gute Frontkamera. Alles in allem zu einem günstigen Preis startet im, bin ich mir ganz sicher, Dezember, Mitte Dezember diesen Jahres auch in der Schweiz. Und ich bin schon sehr gespannt auf den Test dazu. Ich muss dazu sagen, dieses Mal gab es keine Produkte direkt zum Mitnehmen und Direkttesten. Die werden uns in den nächsten Wochen zugestellt. Die ganzen Produkte kommen noch im November oder Dezember diesen Jahres auf den Markt. Und da werde ich mir das ein oder andere anschauen können. Neben diesem Nova, vielleicht hier noch ein paar Details dazu, wenn ich mal dann hier das Foto aufrufen kann. Wie gesagt, es ist sehr dünn, es ist leicht. Es hat zwei Ringe. Das soll das ganze Smartphone einmalig und mit einem Wiedererkennungswert ausstatten. Soll es vor allem durch die 66 Watt Charging-Fähigkeit bestechen. Innerhalb von 38 Minuten bekommt ihr nämlich den kompletten Akku, der doch irgendwie, glaube ich, 4300 mAh oder etwas in den Dreh rum, genau, 4300 mAh, hat voll gebattert. Wenn ihr kürzer nur Zeit habt, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, dazu geht am besten auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens- und klickt auf den Link dazu. Jetzt habe ich es auch gefunden. Innerhalb von 16 Minuten kriegt ihr nämlich 60% des Akkus gefüllt. Ein gutes Mittelklasse-Smartphone könnte das werden. Ich bin mal gespannt und freue mich auf den Test dazu. Weiter ging es dann mit anderen Geräten. Zwei, die man schon kennt, mit denen beginne ich auch gleich, und zwei, die neuer sind und oder anders sind. Zuerst mit der Huawei GT3. Die Linie hat mir schon immer gefallen, auch im letzten Jahr. Das Zweier-Modell. Es gab das eine oder andere, was mir da gefehlt hat, wie zum Beispiel ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, damit man auch darüber telefonieren kann und solche Geschichten. Gegenüber der Huawei Watch 3, die ich euch diesen Sommer vorgestellt habe, ist das natürlich ein kleineres Modell. Dafür auch preislich interessanter, also Preis-Leistungs-Fähigkeit oder Preis-Leistungs- wie heisst das Wort? Ihr wisst, was ich meine. Preis-Leistungs-Dings-Bummens-mässig ist das Gerät nämlich sehr, sehr interessant. Unterseitig kommt auch Keramik zum Einsatz und eine gekrümmte Glasplatte oder eben Keramikplatte, sodass der Schweiss besser weggehen kann und man weniger Probleme damit bekommt. Man hat alle möglichen Navigationsmöglichkeiten mit an Bord. Was das genau ist, könnt ihr nachlesen. Und es ist ein abgespecktes Harmony OS, nämlich ein sogenanntes Harmony OS Lite mit drauf. Gibt es in der 46- und 42-Modell-Variante ein männliches und ein weibliches, wenn man so möchte. Aber was nicht heisst, dass auch Männer kleinere Uhren tragen können und oder auch Damen grössere. Meine Töchter zum Beispiel, die lieben es, grosse Uhren anzuhaben. Die würden sich jetzt nie für das kleinere Modell entscheiden. Oder dann eben doch, aber dann meine zweite Tochter greift da wahrscheinlich eher zum Huawei Fit Mini. Die, das ist nämlich geschrumpft, das Huawei Fit, da ist geschrumpft. Es ist ein bisschen kleiner, noch ziemlich genau gleich dick, hat ein bisschen mehr Akku, dafür auch SpO2-Sensor mit integriert und noch ein paar andere Anlehmlichkeiten sind damit reingekommen. Und dann hat Huawei das Sortiment wieder mal erweitert und ein Bereich oder Innenbereich, von dem ich mir schon länger gedacht habe, wann wohl Huawei da vorsticht. Mit dem Sound X haben sie ja schon länger auf den stationären Speaker gesetzt. Damals leider ohne eben die Silia, also dem Smart Home Speaker oder den Smart Assistenten von Huawei. Einfach ein richtig toller Speaker für zu Hause. Und den gibt es jetzt auch in mobil, in wasserdicht mit Huawei Share Verbindungsmöglichkeit. Und man kann, wenn man zwei davon besitzt, die auch shaken und schon sind sie miteinander gekoppelt. Wie wurde übrigens im, doch das darf ich glaube ich erzählen, erzählt, dass im nächsten Jahr das auch möglich ist mit vieren. Da müsst ihr dann vier solche Dinge gleichzeitig halten und schütteln und dann verbinden sich die. Da freuen sich meine Töchter schon auf die ganzen Outdoor-Partys, die man dann damit feiern kann. Und guter Letzt hat Huawei noch was ganz Cooles gezeigt. Ich meine, die In-Ear-Kopfhörer sind doch meistens gleich. Ein rundes, ein rechteckiges, ne rechteckig habe ich jetzt noch nie gesehen, ein rundes, doch auch rechteckig mit abgerundeten Ecken oder ovales oder was auch immer für ein Case haben wir alle schon gesehen. Huawei bringt jetzt mit dem Huawei FreeBud Lipstick in ihr Kopfhörer in Form eines Lipsticks, eines Lippenstifts auf dem Markt. Wie cool ist das dann? Optisch schaut es toll aus, gewichtsmässig gefällt es mir auch, weil es doch ein rechtes Gewicht hat. Und die Kopfhörer, die überzeugen auch, das sind nämlich die Huawei FreeBuds 4, die da mit drin sind und die machen wir schon seit längerem Spass. Also somit alles in allem ein witziges Produkt, das wahrscheinlich eher die weibliche Käuferschaft anspricht, obwohl mein Reiner hätte gern so einen Teil, weil einfach schon rein die Optik genial ist. Ja, das war es zu den Huawei Neuigkeiten. Habe ich etwas verpasst? Habe ich etwas vergessen? Nein, aber es gab genau, ich glaube zum Nova, das muss ich dann in der Pressemitteilung, wenn sie dann kommt, noch ein bisschen genauer nachschauen, bringt Huawei noch erweiterte Garantieleistung und sonst noch ein paar Geschichten zu neuen Geräten mit bei. Also da kann man noch ein bisschen was zusätzlich absahnen, wenn man sich so ein Gerät neu kauft. Das eine oder andere Modell werde ich euch in den nächsten Wochen sicherlich auf dem Pogipsi.ch-Blog ein bisschen genauer vorstellen dürfen und wahrscheinlich auch das eine oder andere Video dazu machen. Wenn es interessiert, abonniert den Kanal, bleibt hier auch dem Geek Talk Daily treu und jetzt würde ich sagen, seid ihr auf dem neuesten Stand und ja, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.